Und da stellt sich natürlich die Frage, wer soll das am Ende bezahlen und bleibt für unsere Generation noch was im Topf? Ich bin einigermaßen fast furchtbar stolz darauf, dass es das erste Mal ist heute in den Hallen des VdK, dass sich die beiden, der Junge Union und der Juso-Vorsitzende, treffen und miteinander diskutieren. Das ist doch ganz großartig. Kein Euro, der jetzt in der gesetzlichen Rente in den nächsten zehn Jahren an irgendjemand mehr ausgezahlt wird, fehlt in den nächsten 30 Jahren, weil das keine Spardose ist. Das wird eine heiße Verhandlung, aber ich bin mir sicher, dass wir mehr Steuergeld im Rentensystem brauchen, wenn wir wissen, dass die Gesellschaft älter wird. Würden wir über eine erwerbstätigen Versicherung nicht nur sprechen, sondern sie tatsächlich einführen, hätten wir eine schöne Antwort auf die demografische Delle, die wir haben. Die erwerbstätigen Versicherung ist die wichtigste Forderung der VdK-Rentenkampagne. Wir fordern, dass alle in die erwerbstätigen Versicherungen einzahlen, selbstständige Beamte, Politiker. Und wenn das unsere Diskussionsteilnehmer auch wollen, bin ich total zufrieden. Also erstmal ist mein Anspruch grundsätzlich, das hatte ich ja auch eingangs gesagt, dass wir so wenig arbeiten müssen wie nötig. Wer gerne mehr arbeiten möchte, ist alles herzlich eingeladen, aber das Ziel sollte immer sein, mehr vom Leben zu haben und eben arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Deutschland hat im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern die schlechteste Eigentumsquote in Europa. Und wenn wir hier besser werden und man sich im Alter die Miete sparen kann oder eine zusätzliche Einnahmequelle hat, ist das auf jeden Fall viel wert. Also wenn wir jetzt alle ganz leise sind, dann hören wir aus der Ferne die Jubelschreie der Pflegekräfte und Busfahrer, die mit wehenden Fahnen jetzt zum Immobilienmakler laufen, um sich ihre Altersvorsorge zu sichern. Nein, die Frage ist, soll als erstes der Staat für dich aufkommen oder sollen die Leute als allererstes mal für sich selber aufkommen? Hier werden die falschen Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander ausgespielt, weil sich das nicht in der Wechselwirkung miteinander befindet. Den einen etwas nicht zu geben, heißt nicht, dass es die anderen am Ende bekommen werden. Privatvorsorge für das Alter kann in Deutschland nicht jeder. Und es gibt Studien, die sagen, dass private Vorsorge, dass beispielsweise ein Modell auch wie Riester sich erst lohnt in einem Lebensalter ab 85. Deswegen sage ich, wer privat vorsorgen kann, natürlich ist jedem unbenommen, dass man aber privat vorsorgen muss. Das kann keine Sicherung sein fürs Alter, denn nicht jeder in Deutschland ist in der Lage, Geld fürs Alter beiseite zu legen. Unser Ziel muss es sein, dass wir in Zukunft eher wieder mehr Kinder bekommen, damit wir dann auch die älter werdende Gesellschaft dann nicht nur finanziert bekommen, sondern auch lebenswert bekommen, weil Kinder natürlich auch durchaus zum Leben einen erheiternden Beitrag leisten können. Geborene Kinder alleine zahlen auch noch keine Beiträge in die gesetzliche Rente ein, sondern auch für die stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen und zu welchen Löhnen arbeiten sie eigentlich. Die gesetzliche Rente ist kein Gnadenbrot, um das man betteln muss. Deswegen diskutieren wir ja auch so viel über Grundrente, auch in der Großen Koalition. Niemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, der Angehörige gepflegt oder Kinder erzogen hat, soll zum Sozialamt gehen müssen. Deswegen, die Grundrente muss kommen und zwar ganz schnell. Können wir es uns leisten in unserer Generation, wo wir wissen, dass wir weniger sein werden, dass wir jetzt höhere Rentenansprüche sichern, wo heute schon 40 Prozent des Bundeshaushaltes zusätzlich dazu in den Bereich Arbeit und Soziales fließen. 100 Milliarden Euro und nur die Hälfte fließt im Bereich digitale Infrastruktur oder in den Bereich Bildung und Forschung. Aber das ist doch nicht die Schuld von Sozialausgaben, die wir haben, sondern eigentlich hast du gerade das nächste Plädoyer für die Vermögensteuer und was weiß ich nicht alles abgegeben, weil du nacheinander... Wir müssen das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung als die entscheidende Säule der Altersvorsorge stärken. Wir müssen das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung als die Hälfte für die Hälfte für die Hälfte für die Hälfte.